Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Textlastig mit voller Lahn in 2020. Hallo Falk. Hallo Simon. Du bist auch da natürlich und wir haben, ja? Ich bin mit vollem Lahn dabei. Ein kleiner Netzwerkwitz zum Start. Und falsch, weil ich bin im Wi-Fi, aber egal. Ich auch, stimmt. Ich bin im Wireless-Lahn dabei und wir haben nicht nur tolle Wireless-Lahn-Verbindungen, wir haben auch Notizen. So sieht's aus. Yay, hier klatschen, einspielen. Und der Credits, wer Credits, wie sagt man? Credits, wer Credits, ah du? Ja. Wie hast du gemacht? Die Credits, also die Notizen. Ja, weil ich weiß ja, wie wir so spielen und wie wir so drauf sind. Spreche eher nur für sich. Und unser Köpfchen ist, also mein Köpfchen ist manchmal, wie sagt man, in seinen eigenen Sphären unterwegs. Ja. Und vergisst schnell auch Dinge, die nur zehn Sekunden zurückliegen. Stimmt's, Jochen? Nee, so schlimm noch nicht. Also mit der Betonung auf noch. Aber, ähm, genau, nee, ich hab mir kurz aufgeschrieben, also wir haben, wollen wir direkt einsteigen oder? Ja. Willst du noch Kippchen rauchen? Nee? Nee, ich, Mann, ich rauche doch nicht. Aber wir sind fast tot. Also wir sind auf dem Friedhof. So. Das stimmt. Äh, genau, nee, und, äh, ich weiß schon nicht mehr, was wir im Spiel eigentlich machen sollten. Äh, na, hier, wir wollten eigentlich nur zu dem Grab von unserer Oma und Tante, zu der wir es nicht geschafft haben. Äh, ja. Genau, in Reihe 478, Parzelle, richtig. Riesenfriedhof. Genau. Ähm, ich glaub, Blumen ablegen oder so, ne, wenn wir zu spät sind. Wir hatten Grablich dabei. Stimmt, und ein Grablicht haben wir dabei. Nee, warte mal, wir waren doch schon am, 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 am Dings. Ich sag, ja, ich sag ja nur, dass das unsere allgemeine Aufgabe war. Und dann ist ja, äh, wie sagt man, the shit goes down oder sowas, ne? Äh, südlich. Dann, genau, dann, dann, dann ist der, dann ist die Kaka südlich gegangen. So. Genau. Äh, nee, genau, ich glaub, jetzt müssen wir einfach nur das, äh, den Friedhof verlassen. Und, genau, auf den Punkt wollte ich hinaus. Mhm. Äh, sowohl alle Gebäude, als auch, viel wichtiger, aktuell, alle Ausgänge sind verschlossen. Oh, guck mal, da, der dritte Punkt, den hätte ich zuerst machen sollen. Müssen Friedhof verlassen. Ja, da hätten wir's gewusst. Genau. Und, äh, ich hab aufgeschrieben, wir sollen das Kellerfenster weiter untersuchen. Und einen Trampelpfad sollen wir wieder finden. Genau, weil ich glaube, ich erinnere mich, dass wir anders gegangen sind, als wir's eigentlich wollten. Und dann plötzlich irgendwo im Nirwana auftauchten. Und ich kann im Moment im Kopf nicht nachvollziehen, wo wir sind, also wie wir da gegangen sind. Genau. Kurze Anekdote übrigens, ähm, das fühlt sich wirklich äußerst unangenehm an, wenn man irgendwo eingesperrt ist. Okay, gut, das ist jetzt nichts, äh, unbedingt Newsflash, ja. Aber... Das ist eine Binsenweisheit, oder wie nennt man das? Ja, genau. Ja, äh, äh, lassen Sie sich nicht einsperren. Das ist auf jeden Fall eine gute, äh, Sache. Manchmal sperrt man sich aber auch selbst ein. Also, so geschehen mir und meine Freundin. Wir waren, äh, in, äh, Essen, glaube ich. Und, äh, die Wohnung war in so einem, äh, in so einem Wohngebiet. Und da gab es ein Einkaufszentrum. Und, äh, ansonsten gab es da eigentlich nicht viel zu tun. Also sind wir ganz gerne mal spazieren gegangen, so am Sonntag. Und dann, äh, das Einkaufszentrum, oder war das Samstag? Auf jeden Fall, im Grunde genommen ist da alles zu. Ähm, das Einkaufszentrum ist aber trotzdem offen. Und es gibt so ein, zwei, ähm, Restaurants da drin. Oder hier so ein, äh, Smoothie-Laden oder sowas. Da haben wir uns dann ganz gerne mal so ein, so ein Smoothie geholt oder so. Und, ähm, und, und zu dem Zeitpunkt waren auch so ein paar Leute drin. Ich weiß gar nicht, was die da gemacht haben. Die haben irgendwelche, äh, Modellautos rumgefahren. Ich weiß nicht, ob das so ein Club war von Leuten, die so, so Miniaturautos bauen oder sowas. Äh, und, und sind da auch ein bisschen aktiv gewesen. Und, also jetzt, wo ich es erzähle, klingt es eigentlich wie so ein bescheueter Traum. Weißt du, wo alles gemischt wird und so. Das überhaupt keinen Sinn macht. Aber auf jeden Fall war das so. Und in diesem Einkaufszentrum gab es einen Service sozusagen. Und zwar war in diesem Einkaufszentrum eine Tafel für den Bus oder die Bahn. Also wann die abfahren. Also so eine Tafel, wie normalerweise an der Haltestelle ist. In dem Einkaufszentrum. Eigentlich super praktisch, super cool. Und ich glaube, wir wollten zur Bahn oder zum Bus oder ich weiß gar nicht mehr, warum eigentlich. Naja, auf jeden Fall. Wir wollten nach Hause vielleicht? Nee, wir sind da ja hingelaufen. So, Falk, du passt nicht auf. Ich habe doch gesagt, wir spazieren da gern lang. Ja, aber man kann ja hin spazieren und zurückfahren. Ja, genau. Nee, so. Und Triathlon quasi. Jetzt war das so, dass dieses... Da müsst ihr doch noch drauf schwimmen. Pst. Dass diese Tafel über einer Glastür, die Glastür war so Milchglasmäßig. Und das indizierte in mir die Vermutung, dass man durch diese Tür gehen muss, um zu dieser Haltestelle zu kommen. Macht Sinn, weil es so ausgerichtet irgendwie. So, wir gehen also durch die Tür. Die Tür fällt hinter uns zu. Wir gehen den Gang weiter. Das war so ein heller Gang, der einfach weiter runter geht. Stellt sich raus, am Ende geht es nicht weiter oder irgendwie war da eine Tür zu oder so. Naja, gut. Wir gehen also wieder zurück. Stellt sich raus, ja Mist, von innen ist da keine Türklinke. Mausefalle nennt sich sowas. Also für Menschen. Also Menschenfalle. Genau, und dann ging so ein Fernseher an. Dann hat so ein verrückter Typ gesagt, ich will ein Spiel mit euch spielen. So. Was haben wir gemacht? Wir haben halt an der Tür gerückelt und gerufen. Und dann hat tatsächlich einer aufgemacht von diesen Leuten, die da mit den Autos rumgefahren sind mit den Sachen. Aber es war schon Glück, weil in diesem Einkaufszentrum war nicht viel los zu dem Zeitpunkt. Und das fühlt sich dann schon unangenehm an. Und ich meine, ich weiß gar nicht, ob wir Handys mit hatten, wegen Polizeirufen im Notfall. Ich habe auch schon mit dem Gedanken gespielt, okay, kann ich die Glastür zertreten? Mit einem kleinen C. Aber im Ernst, ich habe danach eine E-Mail geschrieben, oder es versucht zumindest an diesem Einkaufszentrum, dass ich das fragwürdig und gefährlich finde. Also stell dir vor, wirst du dich nicht, irgendein kleines Kind geht da rein, du weißt dann gar nicht mehr, was es machen soll. Warum diese Tür überhaupt offen ist für jedermann. Also das sollte irgendwie zugeschlossen sein. Und ja, genau, das ist auf jeden Fall sozusagen schlechtes Level-Design. So, also ich kann sehr gut mit dem Herrn, ich weiß gar nicht mehr, wie wir heißen im Spiel, kann ich gut relaten, wie wir Englisch-Native-Speaker sagen, weil er ja auch eingesperrt ist im Friedhof. Und das ist einfach nicht schön, ja. Aber wissentlich, ne, in die Falle gelaufen. Fairerweise muss man sagen, wissentlich, das stimmt. Ich überlege gerade, ob was dazwischen gekommen war, ob der, der, ne, ne, es stimmt, ne. Stau halt oder so. Ja, das war einfach die Trotzreaktion. Sagen, ne, 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 Herr Blumverkäufer, Sie haben mir zwar gesagt, dass bald Schluss ist, aber ich bin mit meinem Gipsbein trotzdem noch schnell genug. Ja, da hat man sich wohl verschätzt hier. Ja, geschieht ihm recht. So. So. Schauen wir uns mal um. Schauen wir uns mal um, um zu wissen, wo wir eigentlich sind. Schau dich um. Also bei mir steht so etwas, kannst du hier nicht sehen. Okay. Das verstehe ich aber nicht. Ich schaue mich mal um und was ich hier sehe, Falk, sind alte Gräber. In diesem Bereich scheint die meisten Grabsteine schon sehr alt zu sein. Vereinzelt stehen hier sogar ein paar Mausoleen. Mausoleen ist übrigens auch ein sehr lustiges Wort. Da steckt Maus drin und Olen, was auch immer das sein soll. Ähm, der Eingang zu dem Verwaltungsgebäude des Friedhofs befindet sich im Osten. Aha, okay. Das war das, wo wir die Leute gesehen hatten. Da waren doch so Leute, die so komische Sachen gesagt haben wie, ja, wir können den beseitigen oder so, ne. Stimmt. Irgendwie war da was. Ist ja auch sinnvoll im Krematorium, ne. In Berlin gibt es zumindest ein sehr schönes Krematorium, was umgebaut wurde zu einem schönen Café. Also hat einen ganz besonderen Flair, wenn man weiß, dass da eigentlich Leute verbrannt werden. Aber war es ja schön da. Ist das ein altes Ding gewesen? Na, halt so Backstein schön, ne. Also... Oh du, dann ist das ja schick. Da kann man auch gut einen Cappuccino trinken. Auf jeden Fall, ja. Genau. Ein Kiesweg führt nach Nordosten. Hier, warte mal, ist das nicht dieser Kiesweg, wo du gesagt hast, Trampelfahrt, den sollen wir gucken? Aber ich glaube, den, den ich meine, der führt nach Südwesten, glaube ich. Ja, stimmt. Außerdem, ich glaube, das war wirklich als Trampelfahrt tituliert und nicht als... Und es war, glaube ich, auch kein offizieller Weg. Also er wurde nicht, also er wurde nur, ja, wenn ich jetzt sage, beschrieben, klar, im Text. Aber jetzt nicht als Ausgang, glaube ich. Okay. Oder als, ja. Weiter westlich steht ein großes Kreuz. Und im Süden liegt der Vorplatz mit dem Haupttor. Nochmal ganz kurz, wie heißt die Überschrift bei dir? Also wo bist du? Alte Gräber. Alte Gräber. Aber ich habe meinen Spielstand gerade geladen. Also kurz zur Erklärung für alle vielleicht. Ich habe ja dieses neue, diesen neuen Textparse hier, Elektrote oder was, wie man das ausspricht. Ist wahrscheinlich irgendwas Griechisches, keine Ahnung. Elektrote. Gesundheit. Auf jeden Fall, der stellt den alten Stand wieder her des Spiels oder des letzten Spiels oder der letzten Spiele, kann man sich aussuchen. Ohne, dass man den Spielstand laden muss. Aber wenn ich jetzt Umschauen gemacht habe, wie ich gerade gesagt habe, dann war da irgendwas futschi. Ich habe mir auch eingegeben, schau dich um. Ja, also vielleicht liegt es da. Ach so. Mist, okay. Das habe ich, nee, ich habe nur Umschauen gemacht. Ja, dass das nicht funktioniert, ist ja klar. Auf jeden Fall habe ich jetzt meinen Spielstand nochmal explizit geladen und ich stehe auf dem Vorplatz. So. Ich habe Umschauen eingegeben und da steht auch, so etwas kannst du hier nicht sehen. Also es liegt einfach an der Syntax. Mist, hätte ich also nicht laden sollen. Nee. Naja, egal. Stimmt, warte mal, alte, ich kann aber immer noch zurückgehen. Wieso bin ich aber, ich habe doch gespeichert am Ende der letzten Folge. Ja. Und wieso bin ich dann jetzt nicht mehr da, wo ich war? Ist ja voll doof. Ja. Guck mal, ich kann ja noch hochscrollen. Ja. Hochscrollen, da steht tatsächlich alte Gräber und dann habe ich gespeichert und wenn ich lade, bin ich auf dem Vorplatz. Jetzt muss ich so weit hochscrollen. Kannst du denn vom Vorplatz da reinlaufen oder ist das dann wieder der Beginn des Spiels? Also, hat er jetzt einfach neu angefangen? Äh, das ist eine gute Frage. Gott, wir sind bald Minute 10. Unsere Zuhörer laufen weg. Also. Ja, oder ich schnibbel das. Das ist geil, sie können ja nicht weglaufen, weil sie haben ja wahrscheinlich gerade das Handy irgendwie auf den Ohren oder Kopfhörer und wenn sie weglaufen, ändert sich ja nichts zu hören und ist ja trotzdem weiter. Aber vielleicht interessant. Ja. Ich lese mir den Text gerade vom Vorplatz nochmal durch und da steht, auf dem Platz befindet sich eine kleine Blumenhandlung, deren Eingang in östlicher Richtung liegt. Ja. Okay. Ein Fenster befindet sich an der Seite des Gebäudes. Hä? Oh, ha. Das haben wir das letzte Mal aber nicht gesehen. Oder überlesen. In Richtung Norden und Westen führen breite Hauptwege, an deren Seite mehrere alte Bäume. Bla, bla, bla. Durch das Gittertor hindurch kannst du im Süden den Parkplatz sehen. Ich probiere mal Süden, aber nee, Hauptgang ist geschlossen. Pass mal auf. Ich gehe mal nach Westen. Gräberfeld. So. Zwischen den vielen Bäumen, also ich versuche jetzt zu dir zu kommen erstmal, ja? Ja. Zwischen den vielen Bäumen bestimmen hier ungewöhnliche Grabsteine die Gräbereien. Am Rande, bla, 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 steht Mülleimer. Im Norden kannst du schemenhaft die Umrisse eines großen Kreuzes erkennen. Östlich von hier befindet sich der Vorplatz. Okay, da komme ich her. Südöstlich geht es durch die Eisentür auf den Parkplatz. Ich glaube, das ist der Hintereingang, den wir benutzt haben, ne? Ja. So, aus welcher Richtung steht bei dir drin, ist das große Kreuz? Ah, das ist westlich. Okay, das ist bei mir im Norden. Ah, dann musst du einfach mal nach oben und dann nach rechts. Nee, nach links. Und dann nach Osten. Nee, ja, doch, warte. Westen, also dann musst du nach rechts. Also wenn du es im Osten... Nee, Westen. Du siehst es im Westen, also muss ich in den Osten, so rum. Genau. Okay, Platz mit großem Kreuz. Jetzt gehe ich nach Osten. Alte Gräber. Hey, da ist die Mann. Hey, super. Ah, wie geht es dir? Ist die eigentlich... Was denn? Ich frage mich manchmal so... Warum wir das machen? Ich mich auch. Also wenn jemand nicht mit Religion vertraut ist, ja, und vor allem mit der christlichen Religion, dann denke ich mir manchmal so, was müssen die Leute sich denken, dass die in alle möglichen großen, schönen Häuser gehen, aka Kirche oder Dom oder so, und dass da immer so eine Folter-Szene gezeigt wird. Ja. Also das ist ja echt brutal. Aber du weißt schon, dass die meisten Leute vom Christentum zumindest wissen. Ich sage jetzt mal nur so, also stell dir vor, du bist zum Beispiel alien, kommst runter, denkst du, ach guck mal, das ist aber ein schönes Häuschen, das haben sie aber schön gemacht, schön groß, schön viel Raum, schöne hohe Decken, Altbau vermutlich. Und dann... Auch im Sommer. Genau. Es ist schwierig zu heizen, aber gut. Und dann gehst du so vorne hin und denkst du, ach, das ist aber ein interessanter Steintisch, den ihr habt. Ja, was ist denn das? Warum hängt da ein totes Männchenwesen irgendwie an den Händen? Was ist hier los? Das ist ja super brutal. Ja, man merkt, du hast keine Kinder. Hast du schon mal Hoppe Hoppe Reiter gesungen und tatsächlich auf den Text geachtet? Wenn, dann fällt der ein Schreiter, ja. Ja, fällt der in den Graben, fressen die Raben, fällt der in den Sumpf, dann machst du Plumps. Ja, da kann ich nur erahnen, was das ist. Also, tot. Es kannst du weiterlaufen. Ach so, du meinst, der ist dann Plumps und kommt nie wieder, oder was? Naja, du, sag mal so, du fängst das Lied von vorne an und wirfst das Kind halt so über. Also, in dem Fall, man sollte es auffangen, aber, ne? Die Story im Song ist... Du scheißt immer das Kind runter einfach und wunderst dich, warum es schreit. Ne, ich möchte da bitte auf Mann. Nicht ich. Okay. Mann. Also, mit einem N. Ja. Ne, aber, ähm, also, ja, es gibt so einiges, ne, wo man sich fragt. Ja, zum Beispiel Hymnen. Ja, wir haben mal angefangen, die französische Hymne uns anzugucken. Alter Schwede, also, da gibt's nur Blut und Morde und, äh, und keine Freunde. Also, zumindest nicht außerhalb des Landes. Das ist, also, da müsste man auch nochmal drüber... Ich, vielleicht sollten wir ein bisschen, weißt du, wir sollten mal ein bisschen was überarbeiten. Religion zum Beispiel. Ich fände ein bisschen positive Vibes. Das ist ganz gut. Nicht so ein toter Mann, der da am Kreuz hängt. Vielleicht, weiß ich nicht, was schön ist. Und, ähm, das mit den Hymnen können wir auch nochmal überarbeiten. Sowas wie, hey, hey, esst alle Schokolade, es gibt Waffeln. Zum Beispiel. Das wär's, das wär's, das wär's mein Vorschlag. Siehst du, in Civilization ignoriere ich die Religion immer. Mhm. Und gehe voll auf Wissenschaft. Und dann gewinne ich am Ende. Wow. Okay. Gut. Wollen wir mal das Spiel weiterspielen? Ja. Machen wir gerne. Wir sind ja erst 15 Minuten drin. Das heißt, wir haben... Ja, man muss auch mal abdivieren können. Oder wie sagt man... Ich weiß nicht, was du sagen möchtest. Und ob du gerade einen Begriff erfunden hast, aber... Ich glaub schon. Ja. Genau. Sowas wie konjugieren und dividieren, das mischen wir einfach zusammen. Und, äh, ja. Plus Pamquerefekt. So. Wir haben hier uns umgeschaut und sind Überraschung an den alten Gräbern. Und, ähm, ja. Wir haben einen großen... Also, pass mal auf. Laut Zettel, also Notizen, wollen wir das Kellerfenster weiter untersuchen und besagten Trappepfad wiederfinden. Genau. Also, lass uns doch erst mal das Kellerfenster checken. So, aber wir sind ja nicht am Kellerfenster, ne? Das Kellerfenster war ja an so einem alten Backstau, Backstau, Stein, Stumm, Ding, Gebäude, was wir gefunden haben, was aber hier gar nicht erwähnt ist. Stimmt. Der Eingang zu... Also, das war, glaub ich, das Verwaltungsgebäude, ne? Nee. Nee? Oder? Nee, ich glaub... Oder? Warte mal, ich geh mal hin. Komm, komm, wir gehen jetzt einfach mal hin. So, ähm, wir sind jetzt zum Verwaltungsgebäude gegangen und die Tür zu dem Gebäude ist verschlossen. Neben der Tür ist ein Schild und ein Aushang angebracht. Ach, guck mal. Nee, ich glaub aber, das ist das Verwaltungsgebäude, was noch gut war, wo die Leute davor waren und irgendwie vorhin irgendwas gesagt haben. Aber wir können ja mal den Aushang lesen und das Schild. Äh, übrigens... Mhm. Ich hätt auch einfach nur nach Norden gehen können. Ja. Vom Hauptplatz, seh ich aus. Weil ich bin nach Westen gegangen, dann nach Norden und dann nach Osten. Mhm. Also, verstehst du? Nee. Nach, also, pass auf. Denk dir einen Ort, an dem du bist. Also, du bist in einem C gegangen, ja? Genau. Ja. Und auf einem Grid ist das meistens das gleiche, als würdest du einfach nur nach Norden gehen. Richtig. Seh ich auch hier, weil hier steht im Süden liegt der Vorplatz. Schön. Hättest du mir auch sagen können. Toll, Simon, toll. Ja, es gibt irgendwie so eine Regel irgendwie, dass man seinen eigenen Unzulänglichkeiten nicht selbst preisgibt. Ja, das müssen immer die anderen allen drauf hinweisen. Dies habe ich hiermit getan. Ja. Mann, Falk, das haben wir doch gelernt im 1 zu 1, nee, 1 zu 1. 1 durch 1. Was sagt man denn für dieses 101 im Englischen, für dieses Einführungs-Baby-Kurs, der für Manager, haben wir doch gelernt, dass man nur seine Stärken postuliert und nicht seine Schwächen. Ach so. Naja, du kannst mich buchen, Falk, ich bin für 300 Euro die Stunde zu haben. Also, ich habe jetzt mal das Schild gelesen. Ist eine meiner. Du bist von den alten Gräbern in welche Richtung gegangen? Nach Osten. Bin ich auch, da steht die Tür ist verschlossen. Genau, und dann neben der Tür sind ein Schild. Ach so, ein Missschild, alles klar. Falk. Entschuldigung, ich muss jetzt wieder reinkommen. Eine meiner vielfältigen Fähigkeiten ist ja Lesen von Metallschildern. So, ein altes Metallschild. Friedhofsverwaltung öffnet Montag bis Donnerstag, 8.50 Uhr, 15 Uhr. Das haben wir schon mal gelesen, da habe ich dich ja gefragt zu hören, was machen die danach? Und da hast du so schlaue Sachen gesagt, wie von wegen, dass die dann Kram bearbeiten, was ich gar nicht verstanden habe. Auf dem daneben hängenden Aussagen stehen die Zeiten für die Beerdigung diese Woche. Ah ja, genau. Und heute fanden drei statt, das haben wir auch letztes Mal schon gelesen. Genau. Morgen gibt es auch eine reine um neun. Das heißt, theoretisch, wir können auch hier pennen. Und morgen um neun ist der Friedhof auf jeden Fall wieder offen. Da ist ja eine Beerdigung. Genau, genau. Und der Name des Verstorbenen für morgen ist Karl Kollitz. Genau. Also nur, falls wir uns für ihn ausgeben wollen oder so, als Geist oder so, man weiß es nicht. Genau. Aber wo ist denn jetzt dieses doofe Fenster? Ja, das ist ein, ja, weiß ich auch nicht. Ich schaue mich nochmal um. So. Ach so, okay. Wir sind gar nicht weiter gegangen. Was hier bedeutet, das Verwaltungsgebäude befindet sich im Osten, ist, es befindet sich direkt neben uns. Ja, ja, das hat wahrscheinlich auch, wenn du nach Osten gehst, stehst du halt vor der geschlossenen Tür. Genau. Vor der verschlossenen Tür. So. Wir könnten jetzt nach Nordosten gehen, also vermutlich so ein bisschen an dem Gebäude vorbei. Und dann finden wir vielleicht doch dieses Fenster wieder. Das ist der Kiesweg, ne? Ja. Wollen wir den mal lang gehen? Mhm. Dichtes Gestrüpp umgibt den kleinen Kiesplatz, der an den alten Backsteinbau grenzt. Der Parkplatz bietet gerade mal genug Platz für zwei, drei Autos. Du siehst hier ein Kellerfenster. Okay, alles klar. So. Ich glaube, wir haben das mit dem Kellerfenster auch schon alles gemacht. Ja, ja, aber wir wollten ja noch mal gucken. Also wir haben auf jeden Fall einen Punkt bekommen dafür, dass wir irgendwie, ich glaube, gestrüppt weggemacht haben damals. Was? Nee. Doch. Ich scroll mal hoch. Pass mal auf. Also, ich habe jetzt, während Falk scrollt, ja, ich habe nochmal geguckt, also das Kellerfenster ist verschlossen. Und wenn ich so zu öffnen, dann lässt, sagt er, es lässt sich nur von innen öffnen. Das heißt, das ist vielleicht so ein Hinweis, dass wir rein müssen, aber, und dann nur von innen rauskommen oder so. Hier, Kiekster. Ja. Ja. Dann haben wir ihn geschoben und dann haben wir einen Punkt dafür bekommen. Stimmt. Schau durch Kellerfenster. Eine Art Holzplatte befindet sich im Inneren, genau vor dem Fenster und blockiert die Sicht. Nimm Holzplatte. Du kannst die Holzplatte nicht nehmen. Ja, genau. Man kann den Ast sogar noch untersuchen und dann sagt es hier, du hast den Ast vom Fenster weggezogen. Und er ist viel zu schwer und unhandlich, als dass wir ihn tragen könnten. Jetzt ist die Frage, ja, Tritt, Keller. Kellerfenster. Gewalt ist keine Lösung. Wie immer. Oh Mann. Warte mal, Zerschlag. Kellerfenster. Nee, es steht ja schon da, dass man das nur von innen öffnen kann. Also, vielleicht müssen wir einfach irgendwie andere. Oh, vielleicht müssen wir gar nicht rein oder so. Ja, sag mal so. Also, meine Fenster kann man auch nur von innen öffnen. Ja? Also. Ja, gut, das stimmt. Technisch. Rein praktisch könnte man sie auch von außen öffnen. Verstehst du? Schau durch Fenster. Okay, die Krücken bringen uns auch nicht weiter. Ach, das ist interessant. Das habe ich das letzte Mal noch nicht verstanden. Und zwar, ich hatte jetzt gedacht, dass das Kellerfenster gar kein Fenster ist, sondern eine Holzplatte. So. Für alle, die jetzt verwirrt sind, lassen Sie mich erklären. Das letzte Mal war auch irgendwas mit einer Holzplatte. Und ich hatte mir so vorgestellt, dass das verbarrikadiert ist oder dass das Glas kaputt gegangen ist. Und dann hat jemand einfach eine Holzplatte reingemacht. So. Nein, stimmt nicht. Ich habe es nochmal Schau durch Fenster eingegeben. Und dann steht da, eine Art Holzplatte befindet sich im Inneren genau vor dem Fenster und blockiert die Sicht. Das heißt, außen ist noch Glas und dann drin steht einfach irgendwie eine Holzplatte rum. Technisch gesehen blockiert es sogar nur die Sicht, wie es da steht, nicht mal das Fenster. Richtig, ja, richtig. Also würden wir das Fenster aufbekommen, würden wir die Holzplatte wegdongeln können. Aber können wir nicht. So. Gut, ich würde sagen, damit haben wir einen Punkt unserer To-Do-Liste abgehakt, ja? Würde ich auch so sehen. Also an dem Fenster kommen wir jetzt, glaube ich, wirklich erstmal nicht weiter. Ich habe auch mal geguckt, also die Krücken helfen uns nichts beim Einschlagen oder so. Ja. Mantel, Streichhölz, E-Mail. Ach stimmt, was haben wir denn noch? Uhr, weißer Gips, Zeitung. Genau. Und in der E-Mail standet nur drin, dass wir hier pünktlich kommen sollen. Mhm. Okay, da findet man sich genug Platz für zwei, drei Autos. Oh, wir könnten, wenn dort noch ein Auto steht, könnten wir an die Kupplung ein Seil machen. Das machen wir irgendwie ans Fenster und reißen das gesamte Ding aus der Wand. Mhm. Wie im Film. Ja. Ja. Würde aber vorersetzen, dass wir einen Autoschlüssel haben für eins der drei Autos. Wenn überhaupt eines dasteht, weil es steht nur Platz für zwei, drei Autos da. Hast du mal Fernsehen geguckt? Das geht ja alles ganz einfach. Da muss man zwei Kabel aneinander schnubbeln. Leider, das dreht sich raus, gibt es gar kein Auto. Genau. Schade. Es ist nur Platz für zwei, drei Autos. Na gut. Okay, wollen wir den Backsteinbau nochmal näher bedingsen? Okay, ja. Es würde dich nicht wundern, wenn dieser alte Backsteinbau schon mehr als 100 Jahre auf dem Buckel hat. Die alten, verwitterten roten Ziegel sind an vielen Stellen schon herausgebrochen. Das Gebäude umhüllt von Nebelschwaden erinnert dich an eine Kulisse für einen Horrorfilm. Ist immer ein guter Punkt. Kann man immer erwähnen. Danach wird es definitiv besser in der Geschichte. Ja, wir sind auf dem Friedhof. Also da erinnert ja alles an einen Horrorfilm. Findest du? In der Nacht. Friedhöfe war eigentlich recht ruhig. Ja, aber doch nicht in der Nacht. Mit Nebel. Geht doch nicht in der Nacht normalerweise. Okay, jetzt wird einer Nacht. Ja, eben. Okay, aber... Warte mal, warte mal. Schau auf... Ach, also wenn ich zu meinen Vampirtreppen gehe... Guck mal, es ist halb fünf. Eine Dugena... Kennt man das? Nee, ne? Armbanduhr. Ja, aber guck mal, halb fünf im Winter, das ist schon sehr dunkel dann. Das stimmt. Vor dir gehörte sie deinem Vater. Es ist halb fünf. Okay. Vielleicht ist es auch halb fünf morgens. Mhm. Ist auch dunkel. Ja, sag ich ja. Das ist noch geishorrormäßiger. Also Simon, was machen wir jetzt? Also, wir gehen jetzt nach Südwesten, wieder zurück zum alten Gräberplatz-Dingens. Und jetzt gehen wir... Ich würde sagen, wir machen so, wir gehen mal zum Vorplatz und guck da nochmal in dieses Fenster. Dieses Fenster. Auf dem Blumending sie. Mhm. So, das heißt, wir gehen jetzt da hin, so wir sind auf dem Vorplatz und hier sind wir bei dem schönen, bei der kleinen Blumenhandlung. Sehr schön. So, ein Fenster befindet sich an der Seite des Gebäudes, genau. Und jetzt mal schau durch. Aber es kann sein, dass wir das schon mal gemacht haben, tatsächlich. Da auch im hinteren Raum des Blumengeschäfts kein Licht brennt, kannst du nichts erkennen. Ich mach mal das Fenster auf. Mal gucken. Das Fenster ist noch von innen zu öffnen. Mann. Hm. Okay. Ist ja jetzt nicht ungewöhnlich für so ein Fenster. Na ja, das stimmt. Okay, aber wir können ja... Sollten wir nicht mal dieses Gebäude untersuchen, das da im Westen irgendwo war? Also dieses Krematorium, glaube ich, war es. Ja. Da müssen wir jetzt einfach nur nach Norden hoch, ne? Ich weiß nicht. Okay, alte Gräber und dann Westen. Platz mit dem großen Holzkreuz. Ja, genau. Hast du das Holzkreuz überhaupt schon untersucht? Ja, da gehen wir mal hin. Lassen wir uns das Holzkreuz angucken. Uh, Holzkreuz. Hätte ein bisschen kontrollierter vorgehen können, ne? Aber hey, fehlt der halbe Spaß. Das stark verwitterte, sehr einfach gehaltene Holzkreuz ist ungefähr vier Meter hoch und steht wohl schon sehr lange hier. Es passt perfekt auf diesen alten Friedhof. Davor liegen etliche alte Blumenkränze. Hätte man es einnehmen können, da hätten wir Geld gespart. Die Kränze scheinen schon eine Ewigkeit hier zu liegen. Der mit Draht gebundene braune Reisig hat alle seine Nadeln verloren und das, was irgendwann einmal Blumen waren, liegt verdorrt und zerstört. Oh, hier. Nimm Draht. Ah, du wickelst den Draht von einem der Kränze und steckst ihn ein. Oh, sieh mal. Ja. Alter Text-Adventure-Spiel. Das wird noch richtig helfen, wenn wir ein angekipptes Fenster finden und dann schnick, schnuck das öffnen können, wie so ein Profi-Dieb. Nee, aber wir können eigentlich mit so einem Draht auch so ein Gatter, so ein Tor aufmachen, oder? Ach so, ja, das stimmt. Obwohl, das wäre zu einfach. Könnte man aber probieren. Ja, aber man braucht, also ich habe ja, ich bin, also ich meine, ich rede da nicht so oft drüber. Ich bin ja Profi, wenn es um Schlöcher öffnen geht. Ich habe nämlich auf dem Chaos Computer Kongress in Leipzig mal beim Lockpicking mitgemacht und ja, ich hänge das nicht so aus der Glocke, ja, aber. An die Glocke meinst du? Ja, aber ich bin nicht nur Sprichwort-Profi, sondern es kann auch sehr gut Schlöcher öffnen. Alles klar. Und weiß daher, dass man da eigentlich immer zwei Sachen braucht. Man muss nämlich mit dem einen Ding da rein und so ein bisschen halten und mit dem anderen noch mal so ein bisschen drüber streichen. Ja, und das andere brauchst du, also das zweite brauchst du ja eigentlich zum Drehen, das, wie sagt man, Kolben. Genau, das eine ist so ein Spanner, mit dem hält man Spannung, mit dem anderen, da gibt es so ein Fachprogramm, die Snake ist das, glaube ich, weil der so geschnuffelt ist, gebogen und dann streicht man über die Schlüsselkolben da drin. Nupsis heißt das, glaube ich. Nupsis, ja, genau. Und dann öffnet sich das im besten Fall. Also, ne, und das heißt, wir bräuchten zwei, aber mal sehen. Also vielleicht hilft uns das auch für Schlösser. Ich sage, wir öffnen damit irgendwie ein Fenster, vielleicht auch ein Auto, weißt du, eine Autotür, dass man das Kabel so von oben, also, ne, und dann den Schnupsi hochzieht, der normalerweise die Tür zumacht. Muss ein sehr altes Auto sein, aber unseres ist ja alt, ne, war ja, was, Opel, ne. Ne, Ford, Ford irgendwas, egal. Ford T, ne. Okay, so alt nicht. Schauen wir uns mal an, ne, schauen wir nicht, wir sind jetzt also bei dem Holzkreuz, genau. So, und jetzt können wir, hier, warte mal, da steht der Trampelfahrt, da ist der Trampelfahrt. Nach Südwesten ist der Trampelfahrt. Aber echt, den gehen wir jetzt, oder? Ja. Zack. Seitlich der Aufbahrungshalle. Mhm. Der mit diversen Gebüchen. Was? Der mit diversen Gebüchen. Ist das ein Wort? Ein Gebüsch. Und die Mehrzahl ist Gebüchen? Ja, was sonst? Gebüchanden? Na, ne, also ein Gebüsch, viele Gebüschs. Ich weiß es nicht, ich habe noch nie die Mehrzahl von Gebüsch benutzt. Der mit diversen Gebüche. Ja, gut, das können wir ja ganz einfach machen. Das ist komisch, ne? Also, beinahe. Mehrzahl Gebüsch, zack. Okay, pst, mach das mal leise, ich lese hier vor für alle. Der mit diversen Gebüschen, ah doch, Gebüschen, glaub ich doch. Keine Ahnung. Beinahe komplett zugewachsene Trappelfahrt. Entschuldigung. Führt um das Gebäude herum. Eines der Fenster, unter dem ebenfalls ein paar verwilderte Büsche stehen, ist geöffnet. Aha. In nordöstlicher Richtung geht es zurück zu dem Kreuz und im Nordwesten befinden sich weitere Gräbereien. So, Nominativ, Gebüsch, Plural, Gebüsche. Genitiv, des Gebüches oder auch Gebüchs. Plural, der Gebüche. Dativ, dem Gebüsch. Dem Gebüsch, das klingt ziemlich dämlich, wenn man es so liest. Plural, den Gebüchen. Ja. Okay. Und dann Akkursativ, das Gebüsch und Plural, die Gebüche. So, haben wir das jetzt geklärt. Also, mit anderen Worten, dem Gebüsch sein Trampelfahrt. So. Das funktioniert also. Gut, haben wir gleich noch was gelernt? Sehr gut. Also, wir zwei, alle anderen, wussten das ja. Ja, alle anderen wussten das ja. Der mit diversen Gebüschen beinahe komplett zugewachsen Trampelfahrt führt. Okay, ja, schau, oder nee, untersuche Fenster, ne? Da ist ein Fenster, was offen ist. Hab ich doch gesagt. Geil. Ja, fuck, gehst du, ich hör dir zu, oder was? Aber warte mal, unter dem ebenfalls ein paar verwilderte Bücher stehen ist geöffnet. Scheinbar ist das ein bisschen höher, das Fenster. Vor allem Bücher stehen. Ich würde jetzt sagen, die Bücher sind dort gewachsen oder so. Aber die stehen da halt einfach rum. Ja. Wer weiß. Also, ich hab das Fenster untersucht. Du gehst näher an das geöffnete Fenster heran. Im Inneren des Gebäudes brennt Licht. Dir wird ziemlich schnell klar, dass das Fenster zu hoch, ich wusste es, zu hoch für dich liegt. Plötzlich stößt du mit deinem Gipsfuß gegen etwas. Hinter den Büschen, die Büschen, findet sich genau unter dem Fenster ein Stapel Holzscheite. Hä? Untersuchung. Ja, okay. Holzscheite. Mhm. Ungefähr fünf Lagen aufgestapelter Holzscheite. Sie stehen direkt an der Hausbauer unter dem Fenster. Kann man doch perfekt raufklettern, oder? Na klar. Kletter auf Scheite. Also, steig auf Scheite. Vorsichtig steigst du. Willst du eigentlich mal lesen? Na gut. Vorsichtig steigst du mit deinem gesunden Fuß auf den Holzstapel, als du dir sicher bist, dass er dich trägt, ohne einzustatzen, ziehst du das Gipsbein nach. Da du dich am Fensterbrett festhalten kannst, ist dein Stand recht sicher. Okay, dann steig in oder durch. Kletter in Fenster. Durch Fenster, in Fenster. Oder das gleiche was. So etwas kannst du nicht sehen. Okay, ich habe mich auch komplett verschrieben. Du hast dringend den Milch hier geschrieben, oder was? Nee, kennst du das, wenn du einfach, wenn du den Satz im Kopf umbildest? Ja. Was? Nein. Aber nicht alles, was du vorher geschrieben hast, veränderst? Also du hast es geschrieben, Kletter in Kletter? Nee, ich habe es nicht mehr im Kopf. Aber warte mal, ich wollte erst schreien. Ist egal. Es geht immer noch nicht. Steig. Doch, doch, hier steht es. Steig in durch Fenster. Das ist halt, weißt du, ich habe im Kopf den Satz verändert und dann nicht alles gelischt. Wie wäre es mit Kletter in Fenster? Das geht auch. Boah, ich bin doof, ey. Ich habe nicht genug getrunken heute, ey. Oh Mann. Liegt bestimmt am Wasser. Ich entschuldige mich bei allen Zuhörern für heute. Nee, ich meine Alkohol. Ja, also nächstes Mal drei Bier vorher trinken, ja? Eben. Also, steig durch Fenster. Du wirfst die zwei Krücken durch das offene Fenster ins Innere des Gebäudes. Das wäre so geil, wenn er jetzt nicht hochkommt und dann nicht mehr an die Krücken kommt. Das stimmt, das wäre doof. Und vor allem, was, morgen kommt dann irgendein Wärter vorbei und sieht diese zwei Krücken da liegen und denkt sich so, was ist hier passiert? Das stimmt irgendwie, so ein Zeitkapsel, äh, keine Ahnung. Okay. Was? Dann, na ja, irgendwie einer aus der Zukunft, verstehst du, geht ein Fenster auf und wirft seine Krücken. Und dann geht wieder. Genau, die schicken den Typ mit Krücken in die Zeit zurück. Genau. Von allen Menschen, die sie dich nicht schicken können, äh, schicken sie denen, genau. Silenzio, Silenzio. Ich möchte bitte weiterlesen. Also, du wirfst die zwei Krücken durch das offene Fenster ins Innere des Gebäudes. Punkt. Dann springst du mit dem gesunden Bein vom Holzstapel und stemmst dich am Fensterbrett hoch. Im selben Moment hörst du auch schon, wie der Holzstapel krachend unter dir einstürzt. Also Rückweg ist nicht mehr. Mit viel Mühe schaffst du es, dich auf das Fensterbrett zu setzen und die Beine in das Innere der Halle zu drehen. Vorsichtig lässt du dich vom Fensterbrett auf den Boden gleiten und nimmst wieder deine Krücken. Sehr gut. Du schließt das Fenster. Ach. Siehste, wenn man einbricht, kann man auch nett sein. Bevor es auskühlt, macht man das Fenster zu. Es ist ja nicht unbedingt ein Brechen in dem Sinne, weil das Fenster ist ja offen, oder? Es ist einfach nur, wie heißt das? Nee, ja. Hausfrieden? Das muss schon. Ach so. Meinst du, wenn man nicht, also wenn, ach so. Na, haben wir irgendwas gebrochen? Okay, gut, der Holzstapel ist kaputt. Okay. Aber so. Stimmt schon. Wenn offen war. Ich glaube, wenn du dein Auto nicht abschließt und es irgendwo in der Stadt oder irgendwo stehen lässt, dann hast du, meine ich, auch Teilschuld. Wenn was passiert mit dem Auto. Also die Versicherung zahlt auf jeden Fall nicht. Das glaube ich auf jeden Fall. Siehste, und die hier nämlich auch nicht, weil die das Fenster offen gelassen haben. Selbst schuld. So. So. Pass mal auf. Jetzt ist ja ein ordentlicher Batzentext aufgeschoben. Ja. Pass mal auf. Aufbahrungshalle. Also, da sind wir jetzt. In der Halle brennt Licht. Es ist angenehm warm. Niemand ist zu sehen. Deine kalte Muskulatur beginnt sich allmählich zu entspannen. Was? Und langsam wird dir wärmer. Okay. Was war's? Die kalte Muskulatur, es klingt so, als wären wir tot. Naja, nur, also, ne? Vielleicht ist das der Twist. Wir können uns nicht ordentlich bewegen. Du, Falk, das ist der Twist. Wir sind schon tot. Und deswegen sind wir hier auf dem Friedhof. Meinst du, wir sind der Kalitz, oder wie der hieß? Der Film auf einer Uhr? Ja. Wer weiß. Wir werden sehen. Also. Und langsam wird dir wärmer. Besser als draußen versuchst du dir, die ungewöhnliche Übernachtungsstelle schmackhaft zu machen. Ach so, unser Charakter geht schon vom Schlafen her aus. Also, wir wollten noch raus, aber okay. Die Halle ist auch im Inneren sehr einfach gehalten und besteht aus einem einzigen großen Raum. Mehrere Stuhlreihen füllen den größten Teil aus. Zu der Ausgangstür führt eine kleine Rampe hinunter. Ein Metallgestell steht im hinteren Bereich in der Nähe des geschlossenen Fensters. Darauf ist ein Sarg abgestellt. Auf einer der Stuhlreihen stehen mehrere Kanister. Du hast gerade zwei Punkte bekommen. Cool. Ja, das ist doch schön. Ich weiß nicht. Ich würde sagen, das ist doch ein guter Abschluss für diese Episode, oder? Dafür, dass wir kaum was geschafft haben. Hallo? Ich finde, wir haben sehr viel geschafft. Wir haben zumindest mal geile Storys. Also, erstmal haben wir 15 Minuten lang über Sachen Quatsch, die nichts mit dem Spiel zu tun haben. Das ist ja auch schon mal eine Leistung. Und dann sind wir durch ein Fenster geklettert. Das stimmt eigentlich. Wir haben drei Punkte bekommen, glaube ich. Insgesamt. Zwei. Zwei. Für dich machen wir drei draus. Komm. Ja, nee, der eine, den haben wir ja, stimmt. Das war letzte Folge. Genau. Ja, nun, dann ... Das war doch eine gute Sendung. So, das sollte sich mal keiner beschweren. Das ist alles rund. Das ist alles gut. Und ... Aber pass mal auf. Ja. Wir reden ja oft aus dem Nähkästchen, ne? Okay. Das heißt, pass auf, wir nehmen jetzt direkt nach dem Fertigstellen dieser Folge eine weitere Folge auf. Das heißt, kein 15 Minuten langes Intro für Folge 3. Das werden wir noch sehen. Ja, Challenge accepted. Okay, wie das laufen wird, werdet ihr, liebe Zuhörer erfahren und Zuhörerinnen, erfahren, wenn die nächste Episode angelaufen ist. Bis dann, viel Spaß und bis bald. Bis denn dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.